So es geht weiter. Der sechste Teil. Diesmal ist die Bandbreite eines Oszilloskops an der Reihe. Hier ist wieder der kleine 12 MHz Oszillator angeflossen. Den kennen wir ja schon. So sieht das Signal auf einem 150 MHz Oszilloskop aus. Nicht ganz perfekt. Die Zeitbasis steht hier auf 0,05 Mikrosekunden pro Kästchen. Das ist leider immer noch etwas zu langsam, um Details erkennen zu können. Aber für diesen Fall gibt es eine Zeitdehnung, hier mit MAG abgekürzt. Wenn ich die einschalte, dann wird der Strahl um das Zehnfache abgelenkt und ich sehe die Details wesentlich besser. Nun lässt sich sogar recht genau die Anstiegszeit und die Abfallzeit recht genau bestimmen. Außerdem sehe ich ja dann hier, dass da kleine Huppel drauf sind, also Unebenheiten. Das Rechtecksignal ist also nicht ganz perfekt. Ja, woran kann das jetzt liegen? Ich schalte mal die Eingangsverstärkung von 2 Volt auf 1 Volt um. So, dann sehen wir etwas Ungewöhnliches. Und zwar fällt mir hier ein Überschwinger auf, der vorher in der anderen Stellung nicht war. Das heißt, da besteht ein kleiner Defekt. Nun, das Oszilloskop ist ja schon über 40 Jahre alt. Das Signal steigt innerhalb eines Kästchens an, ganz grob gesehen. Ein Kästchen hat also 0,05 Mikrosekunden mal der zehnfachen Zeitdehnung. Das sind dann also 0,005 Mikrosekunden Anstiegszeit. Das Rechtecksignal selbst hat ja nur eine Frequenz von 12 Megahertz. Aber das Oszilloskop hat eine Bandbreite, die mehr als das Zehnfache ist, nämlich 150 Megahertz. Warum brauche ich so eine hohe Bandbreite, um diese relativ langsamen 12 Megahertz darzustellen? Schauen wir uns dieses Signal mal auf einem anderen Oszilloskop an, das nur 20 Megahertz Bandbreite hat. Im Gegensatz zu den 150 Megahertz von diesem hier. Die Bandbreite eines Oszilloskops ist ja auch ein wichtiges Kriterium für die Kaufentscheidung. Und je höher die Bandbreite, desto teurer wird es ja auch in der Regel. Wie angenehm leise jetzt dieses Oszilloskop ist. Es hat nämlich keinen Lüfter. Den 12 Megahertz Oszillator habe ich jetzt auf die übliche Weise ohne Kabelverbindungen angeschlossen. Die Zeitbasis steht hier auf 0,5 Mikrosekunden. Schneller geht es leider nicht. Der andere konnte ja 0,05 Mikrosekunden. Auf dem Schirm ist ja fast nichts zu erkennen. Selbst wenn man ganz genau hinschaut. Zum Glück hat auch dieses Oszilloskop eine Zeitdehnung. Zeitdehnung, allerdings nur um das Fünffache. Und dann sieht das bei der fünffachen Zeitdehnung so aus. Aber mehr ist da leider nicht mehr herauszuholen. Das hier dargestellte Signal sieht ja fast wie ein Sinus aus. Aber von einem Rechteck ist da ja nun wirklich nichts mehr zu erkennen. So sieht also ein 12 Megahertz Rechtecksignal auf einem 20 Megahertz Oszilloskop, also auf einem Oszilloskop mit 20 Megahertz Bandbreite aus. Wie lässt sich das erklären? Da gibt es nämlich eine Formel, die erklärt eigentlich alles. Ich will sie mal erklären. Eine Rechteckschwingung setzt sich nämlich aus unendlich vielen Sinusschwingungen zusammen. Da wäre erst einmal die Grundschwingung von 12 Megahertz in unserem Beispiel. So sieht diese Sinusschwingung als Skizze aus und als Amplitude nehmen wir 1 Volt an. Dann kommt noch eine Sinusschwingung hinzu. Und zwar hat diese die dreifache Frequenz, aber nur ein Drittel der Amplitude. Das wäre dann die hier. Also 12 mal 3 gibt 36 Megahertz und ein Drittel Amplitude, also ein Drittel Volt. Addiere ich beides zusammen, sieht das dann so aus. Jetzt kommt noch eine Sinusschwingung hinzu und zwar von der fünffachen Frequenz und ein Fünftel der Amplitude. Die sieht dann so aus und hat dann 5 mal 12 sind 60 Megahertz, hat aber nur ein Fünftel Volt. Diese addiere ich zu den beiden anderen hinzu und dann sieht das so aus. Das Spiel kann ich dann fortsetzen. Es sind immer die ungeraden Vielfachen. Also jetzt kommt die siebenfache Frequenz der Grundfrequenz hinzu. Das sind 84 Megahertz, 12 mal 7 sind 84 und ein Siebtel Volt. Dann sieht das so aus. Es wird also immer rechteckförmiger. Die Sache mit den Oberwellen kann ich dann in das Unendliche treiben und wird hier in dieser mathematischen Summenformel zum Ausdruck gebracht. Hier das K fängt bei 1 an, also bei 12 Megahertz und geht dann zumindest theoretisch ins Unendliche. In der Praxis ist aber irgendwo eine Begrenzung. Ja, das erklärt dann auch, warum das Rechtecksignal von 12 Megahertz hier fast wie ein Sinussignal aussieht. Denn bei einer Grenzfrequenz von 20 Megahertz können die 36 Megahertz, also die 3 mal 12 Megahertz gar nicht mehr angezeigt werden. Oder wie ist das ganz genau? Wenn ein Oszilloskop eine Grenzfrequenz von 20 Megahertz hat, wie bei diesem hier, ja, ist dann bei 20 Megahertz dann total Schluss oder wie darf man das verstehen? Ich habe hier einen DDS-Generator. Der liefert mir ein Sinussignal. 50 Ohm Ausgang hat er. Da schließe ich natürlich auch ein 50 Ohm Kabel an, das dann mit dem Oszilloskop verbunden ist. Und dieses Kabel ist dann ebenfalls mit 50 Ohm abgeschlossen, damit ich dann keine Reflexionen auf meinem Quarkskabel habe. Ich gebe jetzt gerade ein Megahertz Sinus ein und die Spannung ist jetzt Spitze zu Spitze genau sechs Kästchen. Und jetzt kann ich hier softwaremäßig immer die Frequenz um ein Megahertz erhöhen. Jetzt habe ich ein Megahertz. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Und jetzt ist ja schon die Amplitude merklich zurückgegangen. Und jetzt gehe ich mal auf 16 Megahertz. Wenn ich jetzt genau hingucke ungefähr, dann ist die Spannung bei 16 Megahertz auf das 0,707-fache ungefähr heruntergegangen. Und das ist meine 3 dB Grenzfrequenz von diesem Oszilloskop. Tja, da habe ich mich wohl gewaltig geirrt. Dieses Oszilloskop ist also kein 20 Megahertz Oszilloskop, sondern nur ein 16 Megahertz Oszilloskop. Ja, ich werde wohl damit leben müssen. So sieht man das vielleicht etwas deutlicher. Also drei Kästchen mal 0,707 gibt ungefähr 2,1 Kästchen. Aber so schlimm ist das ja auch wieder nicht. Der zeigt ja noch mehr als 16 Megahertz an. So, jetzt bin ich auf 17. Das sind 17, 18 Megahertz, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jetzt sind 52 Megahertz eingestellt. Und diese 52 Megahertz kann er gerade noch gut triggern und stabil darstellen. Und so schlecht ist das ja nicht für ein 15 oder 16 Megahertz Oszilloskop. Ja, das war jetzt der Versuch, die Geschichte mit der Bandbreite zu erklären. Äh, aber welches Oszilloskop jetzt für den einen oder anderen das Richtige ist, also das kann ich leider auch nicht beantworten. So. Und, äh, was meinst du? Glaubst du, dass jetzt alle Aufnahmen im Kasten sind? Das scheint dir wohl egal zu sein, oder? Ja.